Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Momentan traden wir bei ungefähr 16.800 US-Dollar, also wenig Veränderung zu gestern. Trotzdem, eine Short Order wurde getriggert. Welche werden wir uns jetzt gleich nochmal anschauen? Außerdem werden wir uns anschauen, welcher Fahrplan jetzt noch die nächsten Stunden vielleicht bis morgen noch ansteht. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne die Glocke aktivieren und natürlich in die kostenlose Talk- und Signalgruppe gerne reinkommt. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Und noch ein kleiner Reminder, wer sich das Video mit dem Preset über Renegade angeschaut hat, habe ich ja gesagt, die Seite ist momentan im Wartungsmodus. Jetzt ist sie wieder online. Link unten in der Videobeschreibung, wenn ihr da einfach nochmal gerne vorbeigucken wollt. Keine Eile, es gibt immer noch, falls ihr so viel investieren wollt, immer noch 70 Founderkarten. Gut, damit auch genug Werbung gemacht. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 16.830 US-Dollar und damit auch gleich in den Trading ein. Wir haben gestern, ich glaube so gegen 16 Uhr, nochmal einen kleinen Short Trade gepostet. Entry waren die 16.970 US-Dollar, Stop-Loss 17.100. Warum? Als kleine Erklärung, wir machen mal ganz kurz den Traders-Reality-Indikator an und dann gehen wir in den 15-Minuten-Chart. Denn da sehen wir das deutlich besser, auf was ich hinaus will. Wir hatten eine schöne Stopping-Volume-Candle, hier oben sehen wir das ganz gut. Sind dann in diese drei Stunden Supply, bis ungefähr 17.070 ging die, deswegen auch der Stop-Loss 17.100, einfach über diese Supply, über diesen Widerstand. Und der erste Take-Profit wurde dann bei 16.820 erreicht. Und momentan läuft diese Position einfach weiterhin. Ich habe nichts mehr daran geändert. Den nächsten Take-Profit legen wir aber schon mal hier bei 16.690 unter diesem Wig, weil hier sehr, sehr viel, beziehungsweise über diesem Wig, weil hier sehr, sehr viel Long-Volumen eben reingekommen ist. Darauf ein bisschen achten. Das wäre jetzt das nächste Take-Profit-Ziel. Und ansonsten, für mich spricht momentan zumindest kurzfristig eher etwas ein bisschen Richtung Downside. Warum? Wir haben unser Golden Pocket einerseits hier in dieser Area bei 16.500 US-Dollar, andererseits haben wir hier unten auch noch einen 15-Minuten-Vektor. Damit wieder ganz kurz den Indikator anmachen, dann seht ihr, was ich meine. Wir sehen hier unten so eine kleine grüne Kerze, die geht bis ungefähr 16.488 US-Dollar. Es passt ziemlich gut mit dem Golden Pocket überein. Also wäre das Wunschszenario, wir orientieren uns deutlich so nach unten, nach dieser ewig langen Konsolidierung, spricht für mich weiterhin eher für Downside. 16.480 wäre so das Ziel, um dann, sage ich mal, nach oben hin zumindest wieder ein höheres Hoch reinzukriegen. Und das sehe ich so bis ungefähr Donnerstag. Das Ziel ist weiterhin hier die 17.200 US-Dollar. Warum? Weil wir hier oben weiterhin die Ineffizienz haben und von dieser gesamten Abwärtsbewegung das Golden Pocket auch noch in der Nähe. Also 0,5er bis Golden Pocket hier oben, das ist die Area, auf die es dann ankommt. Und hier rechne ich ehrlich gesagt dann erst einmal mit so einem kleinen Rücksetzer. Was bedeutet das für unsere Position? Die Short bleibt auf jeden Fall offen, solange sie ausgestoppt wird. Stop Loss ist Entry. Long Position momentan auf Stop Loss Entry heißt 16.6. Sollte die ausgestoppt werden, werde ich nochmal ein ganz kurzes Statement reinhauen und dann wahrscheinlich hier, wo dieser Vektor ist, nochmal eine neue Long Position aufmachen. Aber unter der Prämisse, wir machen die genauso groß eben wie die Short Position. Das heißt, wir haben null Risiko. Wir haben dann einfach so ein Hedge. Das würde meines Erachtens ganz, ganz gut passen. Und dann haben wir hier wieder zwei risikolose Trades laufen. Finde ich eigentlich ganz gut. Ansonsten schauen wir mal ganz kurz auf den Daily Chart, ob es hier irgendwas Neues gibt. Auch hier sehen wir weiterhin nicht wirklich was Neues. Wir haben zwar einen höheren Daily Close über dieses Hoch geschafft. Trotzdem traue ich der ganzen Sache noch nicht. Also ich bin weiterhin eher momentan davon überzeugt, dass wir nochmal tiefere Kurse sehen. Für mich ist einfach nochmal so eine Welle hier nach unten in Richtung 14.9 bis 15.3 einfach immer noch das eingeplant. Ihr wisst warum. Wir haben hier drüben nochmal so eine kleine Daily Demand Zone. Das ist auch der Grund, warum ich eben hier diese grüne Box seit Monaten eingezeichnet habe. Und darüber haben wir auch oft genug drüber gesprochen. Ansonsten wenig Veränderungen, wie gesagt. Wir müssen jetzt einfach mal gucken, wie sich der Kurs orientiert. Wir sind auf beide Seiten gut vorbereitet. Long Position hier unten 16.5 wäre eine Option, um dann bis 17.2 mitzugehen. Und dann hier oben eben bei den 17.2 ziehen wir nochmal ganz kurz das Golden Pocket dazu. Machen aber das untere nochmal ganz kurz weg, damit das hier nicht ein bisschen zu viel ist. Dann hier oben hoch. So, jetzt aber. So, jetzt passt. Und dann hier oben beim 0.5 hat den nächsten Short. Das wäre momentan so die einfachste Option. Wir gehen nochmal kurz runter, holen uns dann die Liquidität von oben und dann die letzte Welle, sag ich mal, nach unten. Wo wir möglicherweise sogar dann unser Tief eben bilden. Gut, und ich muss es gerade mal hier ein bisschen heller machen. So, naja, sieht immer noch beschissen aus, aber egal. Äh, ja, soviel zu Bitcoin momentan. Sorry, ich bin heute irgendwie ein bisschen unvorbereitet. Gehen wir zu Ethereum rüber. Hier gleiches Bild, ziemlich. Wir haben zwar hier die Range gebrochen, nach oben hin kurzzeitig, aber wieder nur mit einem WIG. Und das ist eben das, was mir nicht so gefällt momentan. Wir sind hier weiterhin wieder nur mit WIGs unterwegs. Wir gucken mal in den 1-Stunden-Chart. Auch hier sehen wir ganz kurz, wir konsolidieren hier eben in dieser Supply, die momentan eigentlich hinfällig ist. Aber ich lasse momentan noch drin, wir kriegen kein Close da drüber momentan. Ihr seht es ganz gut, 1-Stunden-Chart. Wir müssten eigentlich hier über die 1.218 wirklich mal mit einem Stunden-Close. Beziehungsweise sogar 4 Stunden wäre eigentlich besser. 1 Stunde ist dann wieder so ein bisschen gefährlich. Bevor wir hier wirklich mal einen Breakout nach oben hin sehen. Die Long-Position natürlich von hier unten, 1.153, wer die mitgenommen hat, Bombe. Die läuft weiterhin bei mir. Zwei Tech-Profits erreicht. Den dritten setze ich dann hier oben in die Region um 1.257. Warum? Auch hier haben wir noch diese Ineffizienz, genauso wie bei Bitcoin. Und hier oben dann die 1-Stunden- und 4-Stunden-Supply-Zone. Das wäre so momentan das erste Ziel. Ansonsten ganz kurz auch hier nochmal der kleine FIP-Test. Wo kommen die nächsten Widerstände rein? Wir sind dann auch hier ans Golden Pocket rejected worden beim 1.230 Punkten. Beziehungsweise 1.230 US-Dollar. Und ja, mehr gibt es hier eigentlich auch nicht zu sagen. Wir müssen jetzt erstmal hier warten. Ich hoffe, ehrlich gesagt noch, dass wir nochmal diesen Wig hier oben holen bei 1.230. Das wäre dann nochmal so eine kleine Short-Position für mich im Bereich des Möglichen. Heißt, so ein kleines Doppeltop hier reinkriegen und dann die Reise nach unten hin fortsetzen. Müssen wir dann mal gucken. Preisziel wäre dann, wenn wir auch hier das Golden Pocket für die Aufwärtsbewegung nehmen, bei ungefähr 1.180 US-Dollar. Und was für eine Überraschung. Da unten liegt noch ein Vektor, den wir noch nicht abgeholt haben. Ändert aber nichts an der Long-Position. Die würde weiterhin offen bleiben. Ich möchte hier einfach nur nochmal ein kleines Short-Szenario mit einbauen, beziehungsweise noch einen Short-Trade für die Gruppe machen, damit wir auch hier in beiden Seiten gut aufgestellt sind und uns da jetzt über die Weihnachtsfeiertage hoffentlich keine Gedanken mehr machen müssen. Gut, das war es zu Ethereum. Schauen wir nochmal ganz kurz zu XRP. Auch hier wenig Veränderungen, müssen wir ganz ehrlich sagen. Wir haben zwar unsere Orders wieder abgeholt. Wir sind wieder am unteren Ende fast von dieser Range angekommen. Preisziel erreicht von diesem Descending Triangle, haben wir im Update-Video drüber gesprochen. Aber ansonsten tut sich hier wenig. Und was ich noch ansprechen wollte, Litecoin. Litecoin ist perfekt ins Golden Pocket reingekommen. Auch nochmal kleiner Reminder von dieser ganzen Bewegung. Von unten, von diesen 47 Dollar bis hoch zu unserem Hoch bei 84 US-Dollar. Wir sind ins Golden Pocket. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob wir hier zumindest noch den Bereich bis 73 US-Dollar knacken. Hier oben liegen ein paar Ineffizienzen zwischen 71 und 73 US-Dollar. Müssen wir mal schauen, ob die hier abgeholt werden. Momentan auch hier läuft... Ne, Long-Position habe ich zugemacht. Wäre gelogen, sorry. Vergesst es. Long-Position ist zu. Wir schauen jetzt einfach mal hier, dass wir hier noch einen gescheiten Short-Entry kriegen. Am besten passt es da noch mit einem Golden Pocket überein. Passt perfekt hier oben. Also 71, 73 behalten wir im Auge für einen möglichen Short-Entry. Gut. Ansonsten, wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, gerne in die Kommentare unten reinschreiben. Es wird nämlich bald ein neues Format geben. Verrate ich aber noch nicht. Aber schreibt gerne schon mal eure Altcoins unten in die Kommentare rein. Blicken wir noch ganz kurz zu den News. Visa schlägt Ethereum-Integration für Zahlungen vor. Das wird teuer, sage ich nur an diesem Rande. Ne, Spaß. Weiterer Milestone, finde ich. Also es ist wichtig, dass auch Visa hier ein weiteres Statement setzt. Beziehungsweise Visa sowieso mehr als Bitcoin. Ich glaube, Binance hat ja Partnerschaft mit Visa für die ganzen Kreditkarten. Visa ist da deutlich, deutlich weiter als Mastercard. Ist mir auch deutlich besser. Aber ansonsten, Link ist unten in der Videobeschreibung. Einerseits zu Kryptoguru, einerseits zu den Telegram-Gruppen, wo die News immer innerhalb kürzester Zeit aktualisiert werden. Dann war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem Update. Morgen kommt das Vector-Candle-Video endlich online. Und abends gibt es einen Weihnachts-Livestream. Also wenn ihr Bock habt, gerne vorbeigucken, Like da lassen, abonnieren. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und stay crypto.